Der Schalker Superstar Raúl darf wieder auf Einsätze in der spanischen Nationalmannschaft hoffen. Nationaltrainer Vincente Del Bosque spielt mit dem Gedanken, den Stürmer in den Kader des Welt- und Europameisters zu berufen. Und Raúl wollte zwei Tage vor dem DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten MSV Duisburg ein Comeback im spanischen Team nicht ausschließen. Auch wenn seine Konzentration dem bevorstehenden Spiel gilt. In diesem Moment ist sein Kopf erst mal ganz bei dem Finale am Samstag. Das mit der Nationalmannschaft hat mit dem zu tun, der sie aussucht und zusammenstellt. Nach seinem Wechsel von der Ersatzbank bei Real Madrid in die Herzen der Schalker Fans könnte der Spanier also wieder im Nationaltrikot auflaufen. Seinen letzten Einsatz hatte er 2006. Insgesamt absolvierte er 102 Länderspiele. Mit insgesamt 19 Toren in allen Wettbewerben und dem Erreichen des Champions-League-Halbfinales hat der 33-Jährige wieder auf sich aufmerksam gemacht. Ich bin prinzipiell zufrieden, was meine Tore anbetrifft. Wichtig ist aber, dass am Samstag gewonnen wird. Das wäre dann Zufriedenheit. Mit Toren im Pokalfinale könnten die Chancen Raúls weiter steigen. Außerdem würde der Spanier mit einem Sieg erstmals einen nationalen Pokal gewinnen. Tschüss! 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 Tschüss!